Das sagt ja noch Blöde. Ey, hier ist eine ganze Meute draußen, Alter. Ja? Ich reiß mal eine Granate rüber. Warum sollst du noch zwei Monate bezahlen? Die steht doch leer, die Wohnung dann. Vier, vier Monate müssen wir jetzt noch bezahlen. Die stehen doch leer. Ja. Könnte da längst jemand drinnen wohnen? Da können die Miete kriegen, alles. Warum? Ich verstehe es. Es besteuert sowas. So, dieses Drecksland. Ich habe schon heute gesagt, ey, komm, wir verkaufen das Haus und hauen ab hier aus diesem Assi-Land an. Ja. Ich habe langsam die Schnauze voll, ja. Die sind doch nicht ganz dicht. Die sind bekloppt, sind die? Scheidungsurkunde für die Beerdigung. Wozu? Das ist doch was. Die sind doch nicht ganz dicht, oder? Ja, du willst die Frau beerdigen? Nur damit sind der Kohle, ja. Na klar, es geht doch noch um die Kohle. Wir wollen die Oma beerdigen und nicht... Wenn du keinen hast, wird es sowieso nicht beerdigt, oder was? Wahrscheinlich nicht. Ja, keine Ahnung. Du musst eine neue kaufen, dann kostet du dir Geld. Ja, ich bin wahrscheinlich. Du musst sie nochmal neu ausstellen lassen. Ja, genau. Oh, Hauptsache wir jeden Kogrutzen ins Land lassen ohne Dokumente. Da fragt keiner, Alter. Dann hast du eine neue, dann wird sie beerdigt, dann hauen die die neue auf uns weg. Ja. Weil was willst du damit auch? Papier. Das ist dumm. Das ist Deutschland, ey, es geht mir richtig auf den Sack, dieses Land, Alter. Und jetzt dieses hässliche Kind gesehen, aber nee, ey, guckst du dir das nicht an, du kriegst Albträume von dieser alten Kuh. Wenn man also edgy sein will, kann man schon mal fragen, sind Poldi, Klintzi und Co. Schuld am Rechtsruck in Deutschland? Sind Klintzmann und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland, Alter? Wie dumm kann ein, wie, ach, es wird immer dümmer hier in diesem Assi-Land, Alter. Was schießt denn der hier hin? Ist ja bescheuert. Ja, ist bescheuert. Der ist so dumm wie die Alte, die das Video gebaut hat. Ach, da ist er doch. Was wollen wir hier machen? Ach, wir müssen uns immer kommen Dinge. Äh, ja, in der Blechbude. Wo kann man hier? Wollen wir die Treppe hochgehen? Was ist denn das? Geht einfach mal hoch, mal gucken. Nee, wenn nicht, muss man hier hinten, ja, wir können ja mal gucken. Das ist das Oli. Nee, wir müssen weiter hier. Oben hat schon was geraschen. Habt man hier was gehört? Was ist über uns, ne? Ja, ja. Dummerer Scheff. Einfach reinstehen wie der Berserker hier oben. Hier sind immer die PMCs eigentlich am Ding. Ja, ich klippe mal kurz voll. Ja, muss ich ja auch. Ich klippe auch lieber. Oh, das ist besser. Wir werden es brauchen. Kommt doch schon wo was geraschen. Kannst du nicht immer klippen. Ja, ich klippen. Ja, ich klippe auch noch. ich habe so eine nach der anderen aber hier kommt jetzt kommt es wieder hin und an der weg ja ich kann ganz so schnell klippen wie schießen muss der nächste ja hier hinten am besten nicht ganz dicht sind die so nicht 80 jahre geburtstag die diesen Wo ist er denn? Wird ein Kind. Ist ja dumm. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das stimmt. Da knippt man noch was. Die Haarschlöcher ist noch nicht ganz fit. Wird langsam die Munition knapp hier. Echt? Ja, ich nehme auf den Dämmel noch die Waffe. Aber trotzdem, wir haben so ne Macke, ey. Die sind nicht sauber. Hier läuft schon wieder einer. Ja, ich machen. Jetzt sucht mein Seichen. Das ist schon lustig, aber nicht wenn die Munition ausgeht. Dann muss ich mal ne AK mir nehmen. Ich brauch hier deine. Ja. Das macht er noch blöder. Hier ist ne ganze Meute draußen, Alter. Ja? Ich freu mal ne Granate rüber. Alter. Ey. Schnell rein. Bist du wie viele da draußen sitzen? Vier, fünf Leute. Hast du ein Magazin verloren? Ne, ne. Alter, das ist leer. Fertig. Ja. Und dann geht es weiter. Ja, das macht er. Ja, das macht er. Ja. Ja, das macht er. Ja. Ja, ja. Ja. Oh! Das ist ja noch so eine Waffe, Alter. Das ist doch eine AK hier. Haube hier. Oh! Ja, die brauche ich. Alter. Schon mal noch ein Plus weg, aber manche lassen. Die sind ja nicht normal, Alter. Nehine. Oh, hinter dir. Die Kappen. Oh, na, oh, oh. Hau! Ich hab mir einen Arm gefassen zweimal, das ist doch echt ein... Komm, lass uns vorrennen. Wo ist denn vor? Na wir müssen zum M-er kommen, Zelt. Meine Waffe klemmten wir. Achso. Ich bin schon ein Stück weiter. Rauschen rechts. Komm mal. Oh, ich habe eine Dainey abgeflossen. Komm mal. Ich halte doch euer Maul. Ist doch Irrsinn. Man kann es übertreiben oder man kann es nur übertreiben. Wir müssen uns ins Mendes rein. Die Lieder. Am Ort. Wir essen jetzt erstmal was. Die Nüttenkinder. Mein letzter Stapel Munition. Ja, das ist es nämlich. Eine hässliche VPO. Ich muss in die Pressbude dann hinlaufen. Das ist ein Go-Sahn. Hier kommst du her. Hier kommst du her. rein. Das geht ja jetzt. Brauche ich nicht. Da gibt es schon mal einer dabei. Ja. Da gibt es schon mal einer dabei. Da gibt es schon mal einer dabei. Da gibt es schon mal einer dabei. Ja. 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 Aber. Ich sag die Glasscheibe schon. Die muss ja aus. Weiß ich nicht. Nee. Du konntest noch nie so reingucken. Nee. Du konntest. Ein bisschen. Das sah aber komisch aus irgendwie. Ich verschwommen war es. Ja. Wie Milchglas. Mach das Brett zu. Aber schusssicher ist es hoffentlich immer noch. Nee. Das war immer nie schusssicher. Nee. Nee. Du konntest durchschießen. Okay. Ja. Ja. vor. Das war doch. Ja. 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 In Wahndorfen. Ja rein. Hier ist es doch. Da ist es. Boah. Das klingt vielversprechend. Ha. Scheiße. Nicht. Los? Ich bin ein Press-Scooter. Alter. Alter, was ist das? Wie die Patronen klicken, Alter. Das war ein schwer. Der eine hätte dich töten können. Ja, der hat mir auch einen Harten gezeigt, lieber. Jetzt muss ich mal wieder klippen. Ja. Den Mac komplett leer. Boah, jetzt kommen wir noch die. Ja, meine Waffe ist eigentlich... Was denn? Schrott oder was? Ja, fast. Ja, ja. Wieso das? Weil ich muss jetzt tönen, alles langsam. Ach so. Ich habe noch die VPO. Voll. Als T fast voll. Okay. Wie sieht es mit der anderen aus? Voll. I66 TKM. Okay. Nehmen wir halt die. Spinnbar. Ey, meine letzte Munition drin. Ja, hier musst du ja 500 Luft mit reinnehmen. Für so eine Pelle-Palle-Munition-Abgabe hier. Das ist doch sinnlos. Ich kann ja nur noch die PMC-Waffe schließen, die ich auch in dem habe. Mh. Eine Kugel habe ich ja noch jetzt, damit ich noch reinstopfen kann. Fünf Magazinen und eine Kugel. Mh. 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 Und das können wir machen uns weg. Ja, was ich oft sage. Alles andere bringt ja nichts. Ich muss noch schnell in die Fressbude rein, ich weiß und nicht, ob da... Ich hab zwar noch nie PMC zu sehen, aber man weiß es ja nicht. Aber wir machen nur mysteriesовал nicht. Meistens hier hinten ist er nicht mehr, wenn dann vorne. Meistens ist er eben wohl lieb. Wurr, 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 wurr. Nee, hier hinten kriegst du auf alle Fälle genug. Ja, hier dürfte keiner sein. Eine Cola und sechs. Oh, was zu fressen drauf. Energydrinks. Ach so, hier, warte. Energydrink. Ich will es immer rausziehen hier. Ja. Wie bei dem anderen Spiel. Danke. Das hätte ich sonst gefressen. Fünf Energies. Blöde, kannst du hier was anderes nehmen. Eine Radcola nehme ich hier einen Lachs. Eine Cola, ach so eine Radcola nehmen. Hier, normale ist hier vorne, hier bei mir. Okay. Coca Cola. Cool. Gibt es eigentlich genug hier. Hier guck ich, Energydrinks, hier alles. Wahnsinn. Eis, Tee, alles. Noch eine, nee, eine Tarcola, genau. Ach, ist da alles da. Äh, Cola habe ich jetzt, glaube ich, dann genug. Energiedrink. Energydrink. Nimm doch mal. Ja. Na gar nicht viel, viel. Die Regale sind voll. Wahnsinn, oder? Das ist das Herz begehrt. Ja. Sieht aus wie im Osten. Alle drei Meter steht was im Regal. Ja. Hehehe. 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 Balscher. Balscher. Wo bist du denn? Uh, lappen. Oh, der rennt. Da ist ein bisschen Angst gehabt. Balscher. 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 Ja. Warte mal. Wie habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nö, ich habe eins, zwei, drei, vier, ne, fünf. Da kommen wir bei ihnen immer mehr einspaziert, als kommen sie vom Sonntagsausflug. Irrsinn, als kommen sie vom Sonntagsausflug. Ja. Die sind doch nicht ganz dicht. Nee, sind die auch nicht. Erst siehst sie gar keinen und dann sind die plötzlich überall. So, wir könnten raus. Ja, so ist der Plan. Da müssen Ammo kommen, äh Quatsch, Railway meine ich. Ja, da müssen wir so halt machen. Hinten machen die MCs, die rumgebaut haben. Ich soll mich in Ruhe lassen, ich will meine Fressbeule jetzt holen. Ja. Ja. Ja, Lara. Das haben wir mehr, Alter. Das ist nicht bloß einer, das sind 100. Wenn wir hier nicht gehen, wird es schlimmer. Ja. Das ist weg hier. Ja. Wir haben es jetzt immer mehr. Die Munition wird knapp. Ja. Es reicht dann einfach nicht mehr. Die Munition wird knapp, es hat keinen Ausdruck mehr. Ja. Ja, die sind alle, mach mal so. Wie werde ich hier noch drinnen? Weniger als der Hälfte. Ihr Schleich, oder was? Nein. 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 Was habe ich nicht gehört? Oh, hier vorne latschen Sie die Tür. Ja. Oh, Klim. Nein, wir waren. Süßer. Quack, der nächste da hinten, Alter. die waffe nicht kompatibel jetzt habe ich wieder hp munition jetzt eine falsche drinnen ich habe keine waffe hier ist immer ein hp drinnen weiße, warte mal, da muss ich weg hier ich habe ja noch meine fahrschuss habe ich noch das ist sehr für eine waffe hier ne saika, da brauche ich auch gar nicht schießen naja, das schaffen wir schon noch fast voll muss reichen ich klippe jetzt noch mal schnell da habe ich drei volle magazine muss hier dann alles reißen und acht schuss in dem anderen naja, ich habe noch die ersatz agar von dem piemsen wir müssen ja weg besser ist das ich kann die nehmen ich habe da noch ein magazine ich muss bloß die zwei wegwerfen das antwort wäre auch keine ich mache lieber die türe zu wie die scheißers fliegen ja, flimmer schön gehen wir hier runter ja dann brauchen wir nicht durchlaufen kommen wir hier dann rüber auf die andere seite sonst läuft man außen lang außen geht um Wasser da hast du auf alle fälle mehr ruhe ja rüber der ist der kuch doch ja der soll doch mal rüber kommen wir müssen gehen bei ja unnormal das ist halt ein bisschen übertrieben wird da ja du kannst doch gerne immer 150 mitnehmen oder so das ist wahnsinn ich habe schon 5 volle magazine das sind 150 Schuss und dann noch 130 waren es glaube ich noch Ersatz 2 voll und 120 ne 100 ne 130 reicht gar nicht 150 also ich hatte 300 Schuss Munition mhm das nimmt die Ende feuer für das macht es Spaß irgendwo ja aber ja mal lustig aber du kommst ja zu nichts alter nö stell dir vor du bist alleine drunter und dann kommt so ne Meute reichst du gar nicht mit der Munition das sind Rucksack voll Kugeln ja ja das ist das siebte ist ich kann nicht looten ich habe noch Muni einstecken geil aber lustig war es schon wo sie uns da das hätte aber auch gereicht danach haben sie es ja wieder maßlos übertrieben aber guckst raus da siehst du die nächsten 4 5 Typen alle sitzen vor der Bude keiner sagt aber die saßen einfach nur da ach ne ach ne ach ne ach ne planen einen Hinterhall mhm ja aber nicht am Exit das wäre richtig scheiße das glübelte ich nicht das glübelte auch nicht hat er gemacht hat er gemacht an seinem Blut erstickt ach ne ach ne ja das kann ich auch noch nicht Jobs 5 Ich bin 15.